guter zweikampf gut gespielt ist dass die chance klasse gemacht da schlägt der ball im winkel ein was ist denn hier los jetzt treffen sie auch quasi mit dem ersten gegenangriff und das ist wichtig sie zeigen nämlich wir geben uns hier nicht auf guter zweikampf gut gespielt ist dass die chance klasse gemacht da schlägt der ball im winkel ein was ist denn hier los jetzt treffen sie auch quasi mit dem ersten gegenangriff und das ist wichtig sie zeigen nämlich wir geben uns hier nicht auf